Das ist ja Wahnsinn! Oh nein! Aber die Hümer kriegen nicht einen an! Das ist jetzt halt! Ey! Wie kann ich so... Boah, da kann ich mich nicht messen! Die größte Burt Ivory in Jamaika! 380,000... 380,000 sq. ft. Was ist denn das? Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Ja! Wie ist die Unterschiede mit den Schifzen und den Alligator? Deine البere ist ein Snout! Hier ist auch noch ein Scheiße. Aber komm her, ich kann dich nicht behalten. Der wird jetzt nass gemacht, ein bisschen abgewaschen. Okay, wieso? Dass es sich besser anfühlt. Vielleicht hat er ein bisschen Pup und ein bisschen Pisse. Okay. Er wird ja auch noch Pflege betrieben bei denen. Der hat natürlich ein bisschen Angst, ja klar. Das ist ein kleines Ding, ja. Aber der kann ja schon den Finger beißen. Also Big Bamboo drin lassen. Ja. Wie geht man denn? Das zeigt dir jetzt. Was? Das bewegt sich. Das ist ordentlich. Es lebt. Es ist alive. Jetzt. Ja. 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 Ja.